Ich bin manchmal zu ungeduldig, was die Dialoge anbelangt, das weiß ich. Nicht rein. Oh, das sieht doch schon wieder nach. Guck, Marktinflation. 8 minus 21? Scherfschütze. Wo ist das hin? Irgendwo dahinten. Also gut. Bleibt alle hier. Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Achtung! Äh, hallo? Ich hab mich nicht mehr ansatzweise bewegt. Höhen Sie? Höhen Sie? Höhen Sie? Was? Höhen Sie? Gut, wie? Höhen Sie, oben? Höhen Sie? Was? Soll das dein kleiner Kumpel nicht gehen? Wann muss ich den? Ich seh euch! Okay, warte. Nied mich mal um. Jetzt nied mich halt um! Danke. Um. Okay. Immer noch mal. Huh? Keine Cam an. Hallo? Oh. Oh. Und? Wo wollen Sie noch mal hin? Oh. Was? Oh, da ist ja noch einer. Alter, wo kommst du? Alter! Wo kommst du? Wo kommst du? Wo kommst du? Alter, da war... Okay, das war mehr als der einen. Wo kommst du? Wo kommst du? Gib mir dein Kumpel. Das ist ja noch. Oh, meh. das ist ja noch eine Nacht. Und da war ich nicht so lang. Und das ist ja noch ein Stück. Okay, das war doch mehr wie ich dachte. Wo kommen die denn auf einmal alle her, Junge? Alter! Ja, okay. Wo hab ich gerade, wo die Dürbis gerade herkamen? Was ist das? Was sind die anderen jetzt? Das Auto wird euch nicht! Schieß! Was ist das denn durchgesehen? Was ist das denn durchgesehen? Hey, warum sind jetzt diese anderen Dudes nicht hier? Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Das Auto wird euch nichts nennen! Alter! Weint ihr hinter dem Auto? Was habt ihr hier zu tun? Wir rollen nur hier durch, Junge! Alter! Was soll ich das denn machen? Hm! Was ist das denn mit dem Auto? Was ist das denn mit dem Auto? in den verbrannten Haul die Fresse fuck ich komme an den Dude aber auch so nicht ran, ne? Befeuert der denn? Ich seh den nicht ich war im Ansatz ich könnte halt so schön da was reinspeisen aber überfordert was ich jetzt machen soll ja kacke da komme ich ja gar nicht schnapp sie Jungs Gummy-Karte Alter, die ganzen Medikits alle alle weg schnapp Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin Scharfschützer. Ich bin Scharfschützer. Warum kann ich die denn nicht greifen hier? Geisel. Wie habe ich denn das jetzt gemacht, dass ich den als Geisel genommen habe? Wo ist der fucking Scharfschützer? Ach, da kann er das Messer mehrmals benutzen. Was ist mit den Dudes, die im Haus sind? Meiner? Oh, du Scheiße. Was ist denn der andere hin? Oh, du Scheiße. Wie wiegt der sich denn so schnell? Was ist denn der andere hin? Was ist denn der andere hin? Weitere. die beine alles noch mal machen oder alles das gibt es doch nicht Scheiße! Ah, klar! Ja moin! Was ist das denn? Nein, nein, nein! Ich muss da reingringen, außer klar! Die Reifen schießen? Ah! Ich brauche AUTO-AMD! Okay! Warum gibt es denn eigentlich in jeder Stadt solche Arschlöcher? Was ist denn der scheiß Fahrer? Ist kein Fahrer, oder? So geht die Reifen nicht kaputt... Der Brenner! Scheiße! Oh, das war heftig! Alles okay, Sam? Ja, bin okay! Danke, Joel! Sieh mal da! Okay! Geschafft! Wir müssen weg! Okay! Äh... Quack, quack, quack! Ich hab doch getroffen! Ich hab doch getroffen! Sam! Alles okay? Ja! Mir geht's gut? Sicher? Ja, alles gut! Los, mach! Gehen wir! Ach du Scheiße! Die rennen ja noch unkontrollierte... Diese anderen Viecher! Bähähä! Bähähähähä! Bähähäh! Fuck! Komm ich irgendwie raus? Ich kann irgendwas... Ich kann nichts machen dann. Fuck! Das ist nicht gut! Ja, was muss ich tun? Ja, das sind noch einige durchgerannt! Ich bin auch gleich tot! Ach du Schein, was soll ich dir? Ja, wirklich bitte ich dir weg. Irgendwie. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Ist okay? Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Uff. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst. Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Das war gut. Recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, nein, Ellie, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst. Das ist echt einmalig. Ach ja? Und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaub nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja. Was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja. Dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich hab Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper. Ich hab Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens... Sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus. Aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich mein... Ich würd's gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja. Ich auch nicht. Oh. Jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Oh, no. Oh, man. Das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lass ihn erst mal ausschlafen. Oh. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Was ist los? Oh, shit. Der verwandelt sich. Das ist mal keiner Bruder. Scheiß drauf. Halli? Halli, bist du okay? Oh, mein Gott. Sam. Oh, nein. Sam. Henry? Halli, bleib da. Henry? Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld! Henry? Henry, nicht! Oh, mein Gott. Jackson County. Jackson County. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach rankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Hallo, Fetzenwolf. Ich bin nicht blind. Ich kann sehen. Einen wunderschönen guten Abend. Das sollte man vielleicht als allererstes mal in den Chat schreiben, wenn man irgendwo reinkommt. Hallo, schönen guten Tag. Und ich, blind? Bin ich ein bisschen unhöflich, ehrlich gesagt. So, wartet mal. Wo kommen wir her? Frag mich. So. Gut. Wir hatten mal zwei Weggefährten mehr. Jetzt haben wir zwei Weggefährten... Ich glaube, er meint blind. Ja. Das mag ja sein, aber man kann trotzdem sich ein bisschen freundlicher im Chat ausdrücken. Finde ich. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unschuldigkeiten. Mehr nicht. Oh, wusste ich's doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich hab ne andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es vor eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wieder sehen. Und wer denn jetzt nicht? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja. Ob mit oder ohne ihn. Wir schaffen das. Ja, okay. Gehen wir weiter. Warte mal, wo ist ich denn jetzt lang? Ist schon schön hier, ne? Muss ich sagen. Fluss. Ich hab eben meine ganzen Medi-Kids verbraten. Für diese scheiß Stelle. Mit diesem scheiß Scharfschützen. Gib mir das auf Keks. Kommen wir von da? Kommen wir gerade? Nee, wir kommen nicht von da. Wir hätten auch runtergehen können. Okay. So. Alles klar, Nina. Hatten Spaß beim Lesen. Was liest du denn Schönes? Achso, ihr lest ja noch zusammen das Buch? Du und Eve? Ist da immer noch irgendwas? Entschuldigung. Ich muss halt nachgucken. Ach, komm ich. Da ist noch einer. Komme ich hier hoch? Komme ich hier hoch? Oh, was. Okay. Ist echt gut gerade. Oh, das freut mich. Dann wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich habe gesehen von den Büchern. Wow. Was ist das? Du siehst, ist ein altes Wasserkraftwerk. Eine was? Was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Das ist das? Nee, ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Äh, okay. Wie kommen wir darüber? Das ist die Frage. Oh, ist das mies. Der nimmt halt ein komplettes Messer. Oh, ist das gemein. Ist schon gemein. Was ist denn jetzt gerade für Munizierung gekommen? Okay, äh, dann muss man noch ein Messer. Okay. Ich habe 35 Pillen. Fertigen tue ich eigentlich immer außerhalb von irgendwelchen Kämpfen. Das Heiltempo vielleicht. Oder ich spare auf das Schwanken der Waffe. Wobei das mit dem, mit dem, mit dem Joystick eigentlich eh keinen Unterschied macht. Oder ich nehme das hier, damit die Klicker mich nicht immer fressen quasi. Ich mache mal den Lauschmodus. Und da ein bisschen was hier. So. Wartet, ich wollte aber gucken. Wie viele Pfeile habe ich denn neun, okay. Sollte ich vielleicht mal die Bogen ausrüsten? Ja. Mit Sprengstoff kann ich nichts mehr herstellen. Schade. Hier. Abonniert.